Leute, hallo zusammen zu einer weiteren Folge aus unserer Michael-Schumacher-Ferrari-Karriere. Heute steht mal wieder ein ganz besonderes Rennen an. Es ist mal wieder ein Heimrennen, dieses Mal nicht für Ferrari, sondern für Michael Schumacher selbst. Denn wir sind heute beim großen Preis von Hockenheim, Deutschland. Auch wenn hier steht, großer Preis von Russland. Das Ganze ist ja eine Mod, wurde komplett umgebaut hier für die F1 98. Saison. Deswegen steht jetzt hier was anderes, wie wir eigentlich an der Tagesordnung haben heute. Und deswegen bin ich ultra gespannt, was jetzt hier gleich abgehen wird in Hockenheim. Eddie Urban ist tatsächlich um einen Punkt runter mit der Wertung. Er ist nur noch, nur noch auf 97. Mal gucken, wie er dann abliefert, die nächsten Rennen, die verbleibenden Rennen. Wir spulen weiter. Wir bekommen die letzten Upgrades und nochmal ein paar wöchentliche Ressourcen dazu. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten. Die Heckflügel-Oberklappe ist tatsächlich gescheitert bei der Entwicklung. Da brauchen wir 1000 Punkte. Da müssen wir vielleicht nochmal ein paar Punkte sammeln, um die nochmal entwickeln zu können. Schade. Mal gucken, ob die Strapazierfähigkeit ankommt. Jawohl. Das Upgrade kommt. Und dann haben wir nur noch ein paar Tage. Wir kriegen nochmal Ressourcen. Dann haben wir 1000. Dann werden wir hier nochmal versuchen, das Upgrade nochmal neu zu machen. Werden wir hier die Heckflügel-Klappe nochmal entwickeln. Okay. Geht doch nicht ganz reibungslos hier durch. Aber jetzt spulen wir weiter. Und dann, Leute, sind wir beim großen Preis von Hockenheim gleich. Und da sind wir auch schon beim Qualifying-Tag. Wie ihr sehen könnt, ist es der aktuelle, der moderne Hockenheim-Ring. Nicht der alte, der durch den Wald geht. Der ja eigentlich für die 98er-Saison an der Tagesordnung wäre. Aber der steht eben für diese Mods zur Verfügung. Wir gehen jetzt auf die letzte Runde hier beim großen Preis von Hockenheim. Hier im Qualifying stehen aktuell auf der Pole. Sogar mit ordentlich Vorsprung vor David Coulthard. Irwin aktuell nur auf der 4. Und es sieht so aus, wie wenn wir das dominieren könnten. Zumindest jetzt hier im Qualifying, was das Qualifying angeht. Aber hier schön nochmal raus auf die lange Geraden. Natürlich ohne DRS. Streckenkarte muss sich leider auch ausblenden. Weil die Streckenkarte den großen Preis von Sochi zeigt. Und das macht ja wirklich keinen Sinn. Deswegen schauen wir, ob wir so auch ohne Streckenkarte zurechtkommen. Mal abbremsen ganz, ganz spät. Kleines bisschen zu spät sogar. Bisschen was ist noch drin. Vielleicht ein Zehntel. Und dann haben wir tatsächlich die Pole. Werden wir es schaffen. Dann wäre das mal eine Pole. Und das in Deutschland beim Heimrennen. Das wäre sehr, sehr fein. Wir müssen uns natürlich die WM-Führung wieder zurückholen. Bisschen verbremst. Bisschen vertan in der Rechtskurve. Aber da kriegen wir noch ein bisschen was aus der Runde raus. Nochmal grün. Die letzten paar Kurven. In dieser Qualifikation. Komm schon. Ja, ein bisschen was geht noch. Nicht mehr viel, aber das war eine Bombenrunde trotzdem. Also das war es wirklich mal eine Dominanzvorstellung. Ähnlich wie Eddie Irvine in Monza. Da hatte er auch eine ganze Sekunde aufs restliche Feld. Da hatten wir überhaupt keine Chance. Aber dieses Mal können wir es wieder umdrehen. Und Eddie Irvine bekommt sogar fünf Positionen Strafe. Er muss da wieder ein paar Komponenten umbauen. Wahrscheinlich David Coulter hat somit auf der Zweihäckhinden auch mit einer Strafplatzierung. Damit steht Fisi Keller und Wurz wieder sehr weit vorn. Wir gucken mal runter. Da hinten gibt es wahrscheinlich keine Strafversetzung mehr. Also da muss sich echt Eddie Irvine jetzt bei diesem Rennen anstrengen, dass er die WM-Führung behält. Und mit diesem Aufwind gehen wir jetzt rein zum Renntag. Und wir müssen natürlich die letzten Rennen nochmal alles rausholen. Denn es wird wieder Rennen geben. Da wird Irvine wahrscheinlich wieder allen davon fahren. Das heißt, irgendwie müssen wir uns jetzt anstellen, die WM-Führung zurückzuholen. Das wäre natürlich ein idealer Ort, um sich wieder einige gute Punkte zu schnappen und eventuell sogar das Rennen zu gewinnen. Es ist wunderbares Wetter. Die Strategie sagt, einen Boxenstop haben wir zu machen. Und dann starten wir rein ins Rennen. Werden wir das Duell dieses Mal gewinnen gegen Eddie Irvine. Beste Voraussetzung haben wir. Ampel geht aus und rein starten wir in dieses Rennen. Und David Coulter hat mal wieder einen richtig Bombenstart. Ist direkt schon nebendran. Coulter hat über Turn 1, cuttet da so ein kleines bisschen die Kurve und ist vorn. Coulter hat vorn und da kommt Visi Keller an Benetton, der da auch noch innen reinstechen will. Da geben wir ihm aber möglichst wenig Platz, dass er da nicht vorbeikommt. Coulter hat wieder auf die lange Gerade. Können wir uns in Windschatten reinhängen. Und wir haben ein virtuelles Safety Car. Es gab wieder einen Crash, aber kein Ausfall. Hat sich jemand weggedreht hinten in Turn 1? Ne, kein Ausfall tatsächlich. Und es geht weiter. Grüne Flagge. Wir dürfen auch wieder weiter racen. Und Coulter können wir kriegen. Der ist nicht so krass schnell. Die Benetton müssen wir abhängen. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Und Coulter hat... Der ist sehr fehleranfällig. Den müssen wir eigentlich nur in einen Fehler reintreiben. Und dann haben wir die Führung wieder beim Heim Grand Prix. Heckinen ist jetzt schon noch in der 4. Heckinen hat schon Alex Wurz überholt. Also die beiden McLaren und Mercedes sind wohl nicht zu unterschätzen heute bei diesem Rennen. Nochmal in Reinen den Herb hin. Und ganz da sind wir. Wo können wir rein... Und Coulter hat 5 Sekunden Strafe. Coulter hat eine 5 Sekunden Strafe bekommen. Warum auch immer. Ganz, ganz strange. Er hat vielleicht ein bisschen zu arg die Kurve abgekürzt. In irgendeiner Situation. Oder war er beim Safety Car zu schnell. Im virtuellen Safety Car vielleicht zu schnell gewesen. Das ist die einzige Erklärung eigentlich. Die es dafür gibt. Für die 5 Sekunden. David Coulter lässt trotzdem fliegen. Hat jetzt die schnellste Runde hier rausgehauen. Der S wird jetzt hier angezeigt. Ist aktiviert. Haben wir natürlich nicht. Auch hier in Hockenheim natürlich nicht. Im 98er Auto. Und wir müssen einfach nur jetzt dranbleiben an Coulter. Wenn dann die 5 Sekunden am Ende oben drauf kommen. Dann sind wir vorn. Dann haben wir den Sieg. Eddie Irwin sehen wir jetzt natürlich nicht. Weil wir die Karte nicht aktiviert haben. Aber der wird wahrscheinlich auch schon Sechster sein. Der wird mindestens schon Sechster sein. Sechster oder siebter Platz. Nochmal ein Angriff gegen Coulter. Gut raus. Beschleunigen jetzt. Jawohl. Boah, die Sonne ballert hier richtig rein. Man sieht hier kaum die Strecke. Aber wir sind vorbei. Wir sind vorbei an Coulter. Und haben uns die Führung zurückgeholt. Und jetzt müssen wir Gas geben. Jetzt Gas geben. Der erste Stint. Und bevor es dann zu den Boxen-Stops geht. Wir haben nochmal ein virtuelles Safety Car. Alex Wurz hat eine 5 Sekunden Strafe bekommen. War da wohl ein bisschen zu aggressiv im Zweikampf gegen den eigenen Teamkollegen. Nochmal müssen wir ein bisschen verlangsamen. Um da nicht auch noch eine Strafe zu kassieren. Nochmal erster Gang. Harnadelkurve. Nein! Also Hockenheim ist wohl auch ein bisschen verbuggt. Hackennen auch schon 5 Sekunden Strafe. Wir haben gerade 5 Sekunden wegen unerlaubten Blockieren bekommen. Ich schätze mal, dass hier das ganze Feld 5 Sekunden kriegen wird. Wurz schon 10 Sekunden. Ah Mann. Ah okay. Aber solange alle Kandidaten hier vorne 5 Sekunden kriegen, ist es okay. Da ist es aber voll fein mit. Nur Physikella hat noch keine 5 Sekunden bekommen. Das heißt, er könnte das Rennen gewinnen nach aktuellem Stand. Also dieser David Kulthart ist so brutal schnell gerade. Runde 7 haben wir erst. Wir führen zwar immer noch das Rennen an. Aber schaut mal, wer dahinter David Kulthart ist. Da ist schon Hackennen. Hackennen, der schon anklopft. Der auch schon 5 Sekunden kassiert hat. Durch diesen kleinen Fehler. Das heißt, die Benetton haben als einzige... Ah, Irvine hat auch noch keine 5 Sekunden bekommen. Ist auf der 5. Irvine schon auf der 5. Unsere Boxencrew sagt, dass wir uns so langsam jetzt an einen Boxenstop denken sollten. Kulthart muss jetzt aber erstmal gegen Hackennen verteidigen. Das ist ja super krass, wie strong Hackennen wieder ist in dem Rennen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir vielleicht bald in die Box fahren. Bald in die Box, um die 5 Sekunden direkt auch absitzen zu können. Und einmal auftanken, einmal neue Reifen holen. Also Irvine wird da wahrscheinlich an Physikella vorbeigehen können. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Zumindest nicht über die Renndistanz. Und Hackennen ist jetzt beim Boxenstopp. Und ich schätze mal, dass David Kulthart auch reinkommen wird direkt. Zum ersten und einzigen Boxenstopp hier. Das heißt, jetzt noch mal Gas geben. Jetzt für die eine Inlab-Runde. Das wäre krass, wenn das Hackennen gewinnt. Und wieder virtuelle Safety Car. Und das hilft Hackennen jetzt. Reingeht's in die Box. Aber David Kulthart ist weitergefahren. Kulthart ist weitergefahren. Können wir jetzt die 5 Sekunden absitzen, schätze ich schon? Irvine halt ohne Strafe bisher. Ah, das ist super ärgerlich. Was macht denn da die Rennleitung immer? Bei diesen Rennen. Also die Rennleitung macht's auf jeden Fall spannend. In dieser Saison. Wir fallen zurück auf Platz 8, 9, 10, 12. Verstarten auch 10 Sekunden Strafe, Junge. Das ist ja komplett Chaos. Und wo ist Hackennen jetzt? Wir fallen zurück bis auf Platz 14. Und jetzt ist Eddie Irvine an der Box. Jetzt ist natürlich die Frage, wer kommt jetzt alles rein? Es müssen eigentlich einige jetzt hier zum Boxenstopp kommen. Also Salo kommt nicht rein. Mika Salo müssen wir jetzt eigentlich überholen dann auf der Langgraden. Wo ist Irvine? Wo ist Irvine? An Salo gehen wir jetzt außen vorbei. Und Irvine hat doch Zeit verloren. Irvine ist nicht vorbeigekommen. Er war da zu weit weg. Auch wenn wir die 5 Sekunden hatten. Sind wir jetzt zumindest vor Irvine geblieben. Sind jetzt auf Platz 8. Marc Genier auf der 6. muss auch noch zum Boxenstopp. Jus Verstappen muss auch noch rein. Hat aber 15 Sekunden jetzt schon Strafe. Also ich weiß nicht, was die Rennleitung mit Jus Verstappen vorhat. Am Ende wird er disqualifiziert. Wegen zu viel Strafe. Aber er lässt uns da auch passieren. Er weiß, er hat die 15 Sekunden. Da kann er nichts mehr tun. Nakano ist da sehr, sehr langsam. Genier ist auch relativ langsam. Also die 2 müssten jetzt eigentlich abbiegen. Jawohl, der 1. geht rein. Marc Genier abgebogen in die Box. Das hat jetzt einiges an Zeit gekostet, leider. Will Neffes auch zum Boxenstopp gefahren. Gehen nochmal einige Plätze vor. Nakano jetzt auf der 2. Den überholen wir jetzt aber außen. Das ist so krass. Wie wird da easy vorbeikommen? An den langsameren Autos. Da ist der Ferrari so overpowered. Haben wir gar kein Problem. Gar kein Problem. Und Frenzen führt. Wo ist Kultart? Kultart hat auch 5 Sekunden absitzen müssen. Er ist 2,7 Sekunden weg. Also die Punkte, die müssen wir mitnehmen. Und wieder 5 Sekunden. Wieder 5 Sekunden. Das ist so richtiges Roulette heute. Mit den Strafen. Einfach aus dem Nichts bekommst du die 5 Sekunden. Die richtige Reihenfolge ist wieder hergestellt. Nachdem jetzt auch Frenzen in der Box war. Und wir müssen jetzt die 5 Sekunden rausfahren. Ah, ist das ärgerlich. Wenn das Spiel eigentlich denkt, man fährt den Russland-Bambri in Sochi. Und wenn man in einigen Kurven halt lenkt, wo eigentlich eine Gerade ist. Dann denkt das Spiel wahrscheinlich, dass man gerade angehalten hat auf der Strecke. Das ist ja super krass. Und der geht auch nochmal 5 Sekunden. Die Rennleitung wirft mit den Strafen um sich. Wir sind jetzt in Runde 20 und David Coulthard ist ganz nah dran. Super schnell der Kollege. Irwin auch schon auf 3 Sekunden rangefahren. Und jetzt sind wir natürlich echt in einer blöden Situation. Hackinen hat aber auch schon 25 Sekunden Strafe. Also die Rennleitung scheint irgendwas gegen Hackinen zu haben. Da ist Coulthard dahinter. Hackinen geht Coulthard jetzt das Manöver in die erste Kurve. Nee, schafft er nicht. Und Irwin ist jetzt halt... Wenn wir die 5 Sekunden abziehen, ist er vorn. Das ist das große Problem jetzt. Oh, ein bisschen Struggle beim Rausfahren. Aber da haben wir genug Speed. Da haben wir genug Speed auf der Gerade, oder? Nee, Coulthard zieht da im Windschatten. Ist da rüber gehen. Oh, nochmal vorbei an Coulthard. Oh Mann, das ist jetzt auch ungünstig. Ungünstige Situation. Krass, warum sind denn die McLaren wieder so schnell? Das gibt eine große Beschwerdewelle bei der Rennleitung. Michael Masi ist back. Hier bei diesem Rennen Hockenheim. Hat er sich ein gutes Rennen ausgesucht für die Zeitstrafen? Das gefällt uns sehr. So, aber Coulthard kriegen wir wieder. Wenn wir im Windschatten mitfahren, kriegen wir Coulthard wieder. Es sind noch ein paar Runden. Wir haben noch ein paar Chancen. Das Ding ist nur, dass Hackinen jetzt Irwin aufhalten muss. Hackinen, der eh schon 25 Sekunden Zeitstrafe hat. Was auch immer da die Rennleitung gegen ihn hat. Ja, gut rauskommen. Jawohl, jetzt wieder. Da sind wir nah genug dran. Sollte eigentlich dieses Mal reichen. Der McLaren ist auf der Geraden halt auch nicht ohne. Siebter Gang. Wir kommen nicht da ganz dran. Nicht ganz. So, nochmal auf das Beschleunigungsduell. Hoffen jetzt hier aus der Haarnadelkurve raus. Ausholen. Jawohl, da kommen wir gut raus. Aber Coulthard auch. Ah, Coulthard auch. Fünf Sekunden. Na, klasse. Coulthard hat fünf Sekunden. Und jetzt hat nur Eddie Irwin keine Fünf-Sekunden-Strafe. Das ist ja wieder mal super unfair, liebe Rennleitung. Aber es ist super schwer hier. Gegen die besten drei Fahrer hier im Feld. Nochmal Turn 1. War nicht gut getroffen. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Wenn wir hier den Sieg so verlieren, auf die Weise, wäre das super ärgerlich. Jetzt aber. Jetzt aber. Jetzt innen rein bremsen. Innen rein gegen Coulthard. Spät bremsen. Oh, ein bisschen zu spät. Ja, ein bisschen zu arg spät. Häkkinen ist da. Ja, so kann man es auch mal. Häkkinen geht vorbei. Was? Häkkinen geht an Coulthard vorbei. Das war auch ein ganz, ganz komisches Überholmanöver. Viel zu spät gebremst und trotzdem an Coulthard vorbeigekommen. Und jetzt ist Coulthard aber immer noch vor Häkkinen. Dahinter dann Irwin. Und wir müssen jetzt irgendwie wegfahren versuchen. Mal schauen, wie schnell Häkkinen ist. Ob Häkkinen da Coulthard irgendwie in die Quere kommt. Irgendwie müssen die zwei kämpfen. Oder die drei. Die drei müssen irgendwie in den Kampf kommen. Wir haben nicht mehr viel Runden. Und Irwin immer noch straffrei. Oh. Wir haben den ersten Ausfall. Der erste Ausfall in diesem Rennen. Tatsächlich in Runde 26 erst. Das gab es auch noch nie bisher. Mika Häkkinen wurde disqualifiziert. Von diesem Rennen. Wegen zu vielen Zeitstrafen. Das ist da absoluter Oberwahnsinn. Schmeißen die Mika Häkkinen einfach mal aus dem Rennen. Die Rennleitung. Die Rennleitung ist heute absolut nicht gut drauf gewesen in diesem Rennen. Aber wir gehen jetzt rein in die letzte Runde. Die letzte Runde dieses Rennens. Wir haben 5,1 Sekunden auf Irwin. Und das müssen wir jetzt irgendwie retten. Aber das ist super schwer. Denn wir müssen jetzt noch ein paar Autos überrunden. Das sind jetzt die ersten zu überrundenden Fahrzeuge. Wo wir jetzt gleich aufschließen. Aktuell sind es 5,2 Sekunden. David Coulthard wird den zweiten Platz nicht behalten können. Weil Irwin da vorbeischießen wird. Fisikella. Der wird da auch keine Rolle mehr spielen. Auch Herbert mit 5 Sekunden. Oh, wieder verbremst. Oh, böse. Böse, böse, böse. Wir haben noch drei. 5,3, 5,4. Wieder ballert die Sonne richtig rein hier. Man sieht die Strecke kaum. Wie klappt das jetzt? Coulthard ist jetzt... Okay, er wurde jetzt durchgereicht. Irwin hat Coulthard auf der Strecke sogar überholt. Junge, das wird ganz, ganz eng. Das wird ganz, ganz eng. Bitte, lass den Heimsieg einfach einfahren. Pedro de la Rosa steht da im Weg. Das ist nicht dein Ernst. Doch, es reicht. Es reicht. Es sollte reichen. Mit der Überrundung reicht es. Ja. Junge, das ist ein Lauf gegen die Zeitstrafen gewesen. Damon Hilbert, Fahrer des Tages. Was war das denn für ein Rennen? Das habe ich ja noch nie erlebt. Aber tatsächlich, auch ohne die Zeitstrafen, waren die Ferraris wieder zu strong. Wieder zu stark gegen die McLaren. Aber haben wir die WM-Führung wieder? Das ist die Frage. Es ist knapp. Es ist super knapp. Super, super knapp ist es. Leute, schaut euch dieses Ergebnis an. Wie viel Zeitstrafen. Die Rennleitung dachte, Zeitstrafen. Ja, Zeitstrafen auf jeden Fall. Eddie Irvine, Zweiter. Und wie knapp. David Kulthard wird trotzdem dritter Physikella mit einem starken vierten Platz. Es ist super schade, um Heckinen, dass der sich da plötzlich einfach 30 Sekunden Strafe holt. Das ist ja absurd einfach nur. Oh mein Gott. Okay, Rangliste. Schauen wir mal drauf. Es ist wieder ein Punkt. Ein Punkt. Und wir führen wieder. Mit einem Punkt Vorsprung vor Eddie Irvine. Kulthard 78 Punkte hinten. Heckinen hat eh keine Rolle mehr gespielt. Konstrukteure, das ist auch mal krass anzuschauen. 162 Punkte vor McLaren Mercedes. Wie krank ist das denn bitte? Aber Heimsieg in Hockenheim. Was gibt's Schöneres? Haut gerne noch einen Daumen raus. Dann hoffen wir, dass die Rennleitung das nächste Mal wieder besser drauf ist. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.